In der Aachener Sörs liegt was in der Luft. Liebe. Und jetzt ein Küsschen, los geht's! Ja! Ja, und alle, wirklich alle lieben ihn. Hans-Günter Winkler oder einfach HGW. Olympiasieger, Weltmeister, Europameister. Seit dem Jahr 2008 ist der Träger des Verdienstkreuzes mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. So könnte ich weiter und fortfahren bis fast morgen früh. Über 125 Mal durften Haller und Hans-Günter Winkler zusammen jubeln. Kein großes Turnier, was sie nicht mindestens einmal gewonnen haben. Zu Ehren seines diesjährigen 90. Geburtstags feiert die Aachener Sörs ihr großes Vorbild. Ich bin tief gerührt, dass nach vielen Jahren so viele Menschen an mein reichliches Wohnzimmer kommen, um mit mir zu feiern. Für viele war und ist Hans-Günter Winkler Inspiration, Motivation Weggefährte. Aber ohne sein weltberühmtes Pferd Haller, das weiß auch HGW, wäre er vermutlich nie so weit gekommen. Deshalb wird an diesem schönen Tag beim CHIO Aachen auch Haller geehrt. Schauen wir dieses wunderschöne Bild an. Über 100 kleine Hallers in der Aachener Sörs. Dort, wo die Große zu Hause war. Es bleibt eigentlich nur eins zu sagen. Danke, Hans-Günter Winkler, für so viele große sportliche Momente. Untertitelung des ZDF für funk, 2017